hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge mit mini battlegrounds und auch hier wieder den kampf im voraus aufgezeichnet mit dabei war der mario der martin und der motzki und wie das ausgegangen ist das seht ihr natürlich gleich nach unserer kleinen wartezeit das habe ich vergessen aufzuzeichnen ich habe es jetzt angemacht oder kommt ja da ist da ist das mit dem ich die kleine schiefmärzerei habe ich nicht ich auch nicht ich auch nicht hier ging gerade irgendwo eine tür auf ich höre irgendjemanden hier vorne liegt von mir bestimmter martin der hat nur ne blauen auto gefahren der hat nur eine pistole der typ der kann mich gar nicht köln wer war denn das rucki zahler was hat er nix der hat ja gar nix gehabt die alte schimmelmöse nur backpack ist voll ja schön aber immerhin hat er mir ein auto gelassen dankeschön was würde ich mir denn mit zwei umps wir nehmen das auto das ist schneller da liegt hier haben wir nichts ohne usi da liegt hier haben wir nichts ohne usi das ist eine primärwaffe so ein scheiß ich will irgendwo ein auto auto ich auch die ganze zeit da war wieder einer doch jetzt höre ich auch ein auto da 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 kann man an mir vorbeigefahren da wo ist er mit seinem jeep da stimmt da stimmt ja soweit ich ja stimmen ja schießt immer den Futter weg da da hinten nein 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 das so nicht mein freund motzki ist tot ja na komm her du pussy renn doch nicht weg hau ab du arsch ach das bist du mach nix ja 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 da platt macht der rahm hat eine plattemacht back to lobby um ja 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 bitteschön So, dann machen wir noch 3 Nehmen wir die da oben hin Da kommt einer Pick up Pick up Mach mal Pick up Da ist ne Schießerei dahinten Der Mario ist tot Ja, ne Potato hat nicht Scheiße, ich hab keine Kaum noch Gesundheit, ich muss das mit dem Auto regeln Ja, ich hab keine Medipacks gefunden Das Problem ist, dass ich das halt größer machen kann Weißt das Und da jedes Mal rausfügt Ja, dann musst du Alt und Enter drücken Dann geht er voll mit Monos an Ja, dieser Pascal, der ist gerade in Eco-Community-Planet ist Den hab ich da zurecht geschlitten Steht aber noch bei meiner Weiche Wo bist du denn gestorben? Äh In der Safe Zone An der komischen Brücke Okay Gut Der geht jetzt gerade über die Holzbrücke Das ist echt schade Damit der direkt weiß, wo die Leute hocken Oder zumindest Punkte auf der Kampel Wo du weißt, wo die sich rumbewegen Na mal gucken, ob ich den Das wird zu eng Das wird eng Da kommt einer, der Regen will Servus Pascal Hallo Pascal Jawohl 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 Ich hab ihn glattgemacht Hehehehehehe Das muss ich gleich mal gucken Und da sind wir auch fertig Match gewonnen Wunderbar Was will ich mehr? Und schön Punkte gesammelt Ähm Ja Ich würde sagen Wenn es euch gefallen hat Daumen nach oben da lassen Ansonsten das Spiel auch gerne mal kaufen Und mitspielen Weil es ist mega lustig Gerade wenn man in der Gruppe spielt Ihr könnt natürlich auch gerne in TeamSpeak kommen Und bei uns dann direkt mitspielen Und in dem Sinne wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag Und bis zum nächsten Mal Tschüss Tschüss